Musik Hast du was verstanden? Äh, nein. Oh mein Gott, ich muss fighten oder was? Nein, ich muss auch. Welcome to the Fight Club! Nein, wir müssen doch nicht gegeneinander, oder? Ja. Ja, ernsthaft? Einfach drauf zu rennen, F. Kennst doch. He, Bamba! He, Bamba! Yeah, Butchka! Ach, die... Ah, okay. Du kannst hier Chineser einsetzen und so'n Scheiß. Ah, und wir laufen, lauf, lauf. Nein! Daneben! Nein! Get him! Super! Ich hole mir den Nächsten! Ja, wo verstecken sie's hin? Ja, komm her, du Mami! Komm, BAM! Hier, nimm so'n Ball mit. Los geht's! Mann! Mann! Heiß, 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 heiß! Wieso brennen die? Wer hat den da drauf? Finde ich! Ne, 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 finde ich nicht gut! Rauf da, Bitch! Ah, okay, die kann zu... Also nur mit den Bällen umhauen. Ah, okay. Naja. Also wie's aussieht, musst du mit... Die mit Telekinese, äh... Ja, die musst du mit Telekinese irgendwo dagegen werfen. Ah, Böling! Ah, Böling! Stirb! Komm her zu mir! Komm! Stirb! Wir fahren am besten zwei aufeinander oder so. Oh mein Gott! Ich stirbe! Papi, hilf mir! Hey! Hinter dir! Ja! Ne, 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 ne! Zu nicht! Doing! Doing! Ich geh grad so in die Fresse, weil ich die ganze Zeit gegen die Feuertypen renne. Als Zug geht das aber nicht, mein Freund! Einmal gegen die Wand mit denen. Als Zinserbeidung. Komm! Hey, Kollege! Erwöhring! Feier! Wave 2! Complete! Wave 2! Complete! Okay, was kommt jetzt bitte? Welcome to the Arena! Nightblade! Nightblade! Warum haben die Schwerter? Alter, warum das tut mir weh? Kriegst du jetzt eine Smalls so schnitts aus? Stirb doch! Ha! Drück! Geh einfach mal zu dir hin und drück F! Ja, wo sind denn noch welche? Hier ist noch welche, oder? Danke, Buscher! Oh mein Gott, hier ein Matsch! Und tot ist er! Wow, warum hat denn der ein Schwert? Wo bist denn du? Komm her, du geile Schlampe! Stirb! Stirb! Du machst ja wieder bei den einfachen Gegnern, ne? Ja, klar! Stirb! 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 Run him up! Boing! Deine anderen Kräfte kannst du ja auch einsetzen, ne? und ne? Bam! Bam! Man kann doch gar niemand Waffen schießen, sir! Ne! Das ist ja Faltklappe und kein.. Schieß ihn tot! Bam! Junge! Oh, er hat mich getroffen! Kollege! Who is your ball? Who is your ball? Ah, der ist gleich Ah, der ist zu gut, der ist nicht Wo ist er denn? Kollege, fang! Oh, nein Exekutieren Oh, jetzt ist er tot Nochmal Und nochmal Yeah! Hast du schön gemacht Okay Und was kommt jetzt bitte? Super Power Fight Club Ich weiß Okay Fight Club, geschafft Easy Game Total Darauf einen Schluck Cola Trink mal ein Schluckchen Schon Level 12? Cool Aber ich gratuliere Ich nehme auch Ja Da 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 In der Simulation sind nun Schwierge Fall Club Aktivitäten verfügbar Okay Aber interessiert doch keinen Menschen das Dum 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 Da 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 Warte Warte, bist du doof, oder? High five, hab ich gesagt Komm Du kriegst kleine Erbsmal Das ist bei Schlecht Idee. Upgrades meine ich. Schnelleres Sinken, Bekanntheit. Okay. Okay, okay, okay. Das kaufen wir uns natürlich auch noch. Jetzt musst du mein Geld ein bisschen raushauen. Wir haben so viel Kohle. Gesundheit. Ich hab... Mag ich guck, hier in der Nähe gibt es ein... Nein, in der Nähe, aber hier auf der Map gibt es ein Militärgebiet. Da könnt ihr mal vorbeigucken, oder? Was da so abgeht. Panzer! Panzer-Clown! Denk ich, denk ich. Weil ich hätte gerne einen Panzer. Fahr mal Auto dahin, oder? Da zeig ich direkt, wo es ist. Ja, warte, ich hol mir gleich mein Auto. Meinst du schon da? Wo bist du überhaupt? Hallo Süßer! Nimmst du mich ein Stückchen mit? Moment, jetzt muss ich noch markieren, wo wir hin müssen. Okay. Dann wollen wir mal. Ja, direkt ein bisschen Mucke hier. In dir bin ich jetzt zu weit gefahren, guck. Oh, die Karre... Die Karre rupt die ganze Zeit rum rum. Oh oh, Polizei. Ah ah! Polizei, kriegst du Dubstep in your face! Maiger, wisst du wie schwer das ist, das Auto zu lenken, weil du die ganze Zeit mit der Dubstep-Gun hier rumfeuerst. Weil da rupt nämlich mein Auto mich so... Cool denn umher. Na guck, das hast du davon. Mein Gott! Ach, wir haben ja noch Nitro, oder? Ne, schade. Ich hätte Nitro. Ja, du fährst aber nicht. Ich sag noch eins dazu. Wisst ihr wie schwer das ist? Okay, ist jetzt genug getrollt, okay? Okay. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Warte, das machen wir. Sieht aber wirklich nicht mehr nach Militärgebiet aus. Guck mal, ne Dose. Hey Dose! Da sind wir alle weg hier. Okay, das ist das Militärgebiet hier. Hallo! Verbot. Oh mein Gott, sie kommen! Sie kommen! Oh mein Gott! Oh mein Gott, sie kommen! Oh, Panzer, Panzer. Oh, da oben ist ein Kampfhelikopter. Ah! Ah! Ich nehm den aus, ne! Lol, nice. Ich will aber den da hinten, der sieht geil aus. Yeah! Ich will den haben. Boah, meiner. Ja! Los, hebe ab! Ah, okay. Aber du musst doch irgendwo bestimmt Panzer ans Auge geben. Bestimmt. Müssen wir mal suchen. Ich schieße. Ich schieße. Ein bisschen Action. Ich schieße Neole auf die, die es passt schon. Ach so, meinst du, dass ich hier... Aber siehst du den Hangar da drinnen? Ja, das wüsste wissen, ne? Oh, ich denk mir, da kommt man gar nicht rein. Yeah! Yeah! Total abgestürzt! Bam, 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 bam. Boah, das rastet ja extrem aus. Warum gibt es keine Panzer? Oh, die stehen hier irgendwo in der Ecke. Hi, Kollegen. Aber Hauptsache, ein Sanitäts-Auto steht da drinnen. Sanitäts-Auto? Oh, hier kann man rein. Ja, Hauptsache hier ist der ganze Hangar voller Bomben. Oh mein Gott, ich will Bomben. Alter, das kenne ich doch aus Sensro 3. Ja. Die Stelle. Ja, klar, hier hat man die Drohnen bekommen. Hey, guckt mal. Stop step! Stop step in your face! Oh, jetzt bin ich rauf gelaufen. Dick. So, also sowieso aus die Panzer sind hier weniger. Stimmt. Schade. Habt du Recht. Wenigstens haben wir ein Helikopter gegeiert. Na wohl, wenn wir noch ein bisschen Unruhe machen, hier drinnen kann es bestimmt sein, dass hier mal ein Panzer erscheint. Ja, aber das ist zu anstrengend. Vorher sind wir tot. Sicher? Total. Aber die muss man sich doch ganz bestimmt da speichern können, oder? Ähm, Helikopter hier? Ja, kann man. Okay, meiner. Ich finde ja den anderen, der andere hier sieht cool aus. Telefon, Fahrzeuglieferung, kann ich die mir denn jetzt... Egel, ja man. Bam, 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 bam. Bam, bam, in your face. Nee, 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 nee. Nee, bam. Wartensammlung! Okay, schrei nicht so. Wartensammlung! Bam, bam! Äh, ich hol mir ne Datensammlung. Bam, 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 bam. Sehr schön. Okay, so wie es aussieht, haben wir jetzt ziemlich viel Unruhe gemacht. Ah, passt schon. Ich will jetzt ein Panzer hier sehen. Wo bist du, da hinten? Ich fliege hier Datensammlung holen. Perfekt. Endlich machst du mal was. Die schießen auf mich, Papi! Sollen wir die nächste Mission starten? Warte, ich schrotte gerade mit meinem Kampfhelikopter hier so ein Unruhe herdraus. Weißt du, wie schnell das geht? Lol. Raumschiff. Raumschiff. Wo? Lol. Wo ist das Raumschiff? Irgendwo zeigt es mir hier ein Raumschiff an. Ernsthaft? Wo? Da hinten ist ein Raumschiff. Da hinten ist ein Raumschiff. Alter, ich möchte jetzt... Nein, nicht abschießen. Alter, ich würde jetzt da raufspringen und schauen, ob ich reinkomme in das Raumschiff. Jetzt sehen ich, ist ja auch springen. Aussteigen. Pappe, jetzt ist alles zerstört. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Unruhe gemacht hier. Mein Hubschrauber macht komische Geräusche. Ja, dann ist es Zeit auszusteigen, wenn man piep, piep, piep macht. Glaube ich dir nicht. Dann heißt es, äh, der kriegt gerade die Mörderich in die Fresse. Ich bin ja mal gesch... Was? Raumschiff, Raumschiff. Komm, 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 her zu mir. Komm. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Ich will reinsteigen in das Raumschiff. Ich will es. Ich will das Teil hier haben. Soll ich mal dagegen fliegen? Oder ist es zum Landen? Komm, lande. Oh, oh. Warte mal gucken, ob ich auf dem Ding landen kann. Ah, wir drauf. Moritz, was ist kaputt? Sorry. Ich stand schon drauf. Sorry. Sorry. Wollte ich wirklich nicht.